Hey Leute, da das Aufnahmeprogramm von meinem Tablet jetzt wieder halbwegs funktioniert, spielen wir heute mal ne Runde 1,5 online. Also mehr Spieler, jeder gegen jeden. Ihr müsst wissen, ich bin nicht der Beste in dem Spiel, aber ich dräng mich an. So, wir spielen jeder gegen jeden auf der Straße, ups, da bin ich kurz angestoßen. Und es lädt, und es lädt. Jaja, also ihr werdet wieder keinen Ton hängen können, so wie immer eigentlich beim Aufnahmeprogramm, es geht einfach nicht. Jetzt spielen wir mit der, ich hab keine Ahnung, UIV oder so heißt die Waffe. Da liegt schon einer. So, da haben wir den ersten. Hier in dem Spiel ist es so, dass man, ich hol mal die Werte hier, dass man bei einem Kopfschuss sofort steht. So, ich soll es immer schön auf den Kopf ziehen. So. Okay, dann haben wir aber noch bekommen. So. Aber dann wurden wir erledigt. Erledigt. So. 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 So, der ist besser als ich. So, den haben wir auch. Das war der, der uns gerade eben gekillt hat. Jeder läuft mit dem Red rum. Ich glaub die ist leicht overpowered im Spiel. Ja, ja, die ist um einiges besser, ganz ehrlich. Mit was wurden wir jetzt gekillt? Mit irgendeinem Granatenwerfer oder Armbrust oder sowas? Mit dem Ding hier. Was zur Hölle ist das, wenn ich mal fragen darf? Granatenwerfer? Oder nicht? Doch. Egal, weiter geht's. Da liegt schon wieder einer. Alter, ist da jemand mit dem Granatenwerfer in der Ecke oder was? Ja. So ein scheiß Camper. So. Ja. Naja, wir holen auf. Na, da unten jemand? Alter, was soll der Scheiß mit dem Kackgranatenwerfer? Ohne Witz, Alter. Kann echt nix anderes. Alter, ich treffe echt gar nix. Und das soll ein Kopfschuss gewesen sein. Auch gut. Mann, 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 das klappt so nett. 6 zu 6. Ich sag ja, ich bin nicht der Beste in dem Spiel. Aber der Beste hat auch nur 8 Kills und ich bin etwas später beigetreten. Also sieht's gar nicht mal so schlecht aus. Schon wieder hier die Red. Die will ich haben. Läuft mir der Pistole in der Hand rum. Das können wir auch. Da will er uns messern. Alter. Klar hat er uns gemessert. Er war ja kaum 5 Kilometer weit entfernt. Nee, nee. Schon okay. Alter. Alter. Die Störung ist so kacke bei dem Spiel irgendwie. Was soll der Scheiß? Immer die Leute, die nur mit dem fucking Messer umgehen können, Alter. Ganz ehrlich. Das ist übelst schlimm. Dauernd hole ich hier die Leiste hoch. Den hab ich auch erwischt. Ich bleib jetzt einfach mal bei der Waffe und hole mir nicht die Red. Aber die da hole ich mir. Die ist auch geil. Hä, die zieht ja fast nix ab. Die ist doch nicht geil. 9 zu 9. Immerhin eine 1er KD. Immerhin eine 1er KD. Und nix schlechteres. Ähm, ja. Da kommen wieder die Granatenwerfer. Alter, das ist doch... Ohne Witz, Alter. Spielt doch mal Bescheid. Schon wieder der Spaß mit dem Granatenwerfer. Selbstmord. Oh Mann. Das Ding war doch 5 Kilometer weiter entfernen. Alter, ohne Witz. Kopfschuss. Ah, das Spiel ist zu Ende und wir sind 5er. Naja, guckt euch mal den Levelunterschied an. 1. ist Level 63. 2. 49. 3. 50. 4. 39. 5. Level 8. Ich bin Level 8. Doch keine 1er KD. Die spielen halt schon alle etwas länger als ich. Kann man nix machen. So, weiter geht's. Ähm. Die Map mag ich auch gar nicht so. Da man echt gar nix sieht. Da hinten dran war noch einer. Schon 2 Kills geil. Wir sind gerade erster Platz. Bestimmt nicht lange, aber wir sind erster Platz. Man gewöhnt sich halt so nach einer gewissen Zeit an das Spiel. An die Kacksteuerung. Mich an die Kacksteuerung. An die Kacksteuerung. Guck mal, der trifft mich durch die Wand oder was. Mit seinem Kackgranatenwerfer. Der kann echt gar nix. Ganz ehrlich, er kann gar nix. Suchen wir uns mal ein Waffenzeit raus. Wo wir auch einen Granatenwerfer haben. Oder auch nicht. Mann, 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 Mann. Jetzt hat der schon 6 Kills gemacht. Der Typ, ey. Was ist das für ein Biest, ey. Das ist der mit dem Granatenwerfer. Das hat man gesehen, weil er so langsam gelaufen ist. Bestimmt darunter gejumpt. Oder auch nicht. Was? Wie ist... Alter, ganz ehrlich. Ich reg mich gerade leicht auf. Da ohne Witz. Ohne Witz. Die haben alle diese Red oder ihren fucking Granatenwerfer. Und ich laufe hier mit der UEFA rum. Alter. Da oben auf der Karte sehe ich, dass er da ist. Sein ist Sniper. Man braucht 50 Schüsse in den Kopf, bis er endlich mal stirbt. Alter. Das ist... Vorhin war es ein Granatenwerfer. Jetzt auf einmal macht es One-Shot. Alter, ganz ehrlich. Das ist nicht fair, ey. Die sollten da irgendwie so ein System reinmachen, dass ich mit Gleichleveligen spiele. Und nicht sowas, ey. Ohne Witz, Alter. Alter, Mann. Jetzt snipe da auch noch jemand. Und jetzt lagts. Okay. Auch gut. 3 zu 7, ey. Wie war das mit? Ich hoffe, dass wir keine guten Gegner haben. Was ist das denn, ey? Ohne Witz, Alter. Man kann jetzt mal 1,5 auch die Karte so öffnen, aber ich weiß nicht, was das so groß bringen soll. Während im Laufen sich auf die Karte aufzumachen und dann auch darauf zu konzentrieren, dass man nicht stirbt. Ich habe ihn zwar nicht gesehen, aber ich habe ihn gekillt. Den glaube ich auch. Und es laggt wieder. Was ist denn das für komische Aussetzer, ey? So, jetzt holen wir auf, ey. Ohne Witz. Ah, aber nein. Da muss ja noch eine Granate irgendwo, irgendwo hergekommen sein. Finde ich toll. Wirklich toll. Ähm. Wie oft soll ich noch auf den schießen? Und dann hat er mich getötet, ja klar. Er hat ja auch gerade nicht irgendwo anders hingeschossen. Nee, nee. Er hat auf mich geschossen. Das hat man auch direkt gesehen. Wie drehen die sich so schnell, man? Ich habe die Empfindlichkeit auf das Höchste gestellt, was es gibt. Ja, und von meiner Granate kriegt er natürlich nichts mit. Aber wenn ich fünf Kilometer von meiner Granate wegstehe, dann mache ich natürlich den Selbstmord. Natürlich. Was noch sonst? Dieses Spiel. Alter, alter, alter. Ich muss da mal einen Controller oder so anschließen, ey. Das wäre um einiges leichter. Kopfgeldjäger. Ich muss ja auch mal die Aufschlaggranate hier holen. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Granate drin habe. Ich hatte doch auch mal die Aufschlaggranate drin. Jetzt habe ich auf einmal die Brandgranate. Und es hat geleckt und nichts mehr ist. Hat funktioniert. Von Hoxio wurde ich gekillt. Wie steht es? 10 zu 13. So ein Scheiß, ey. Wie viele Kills braucht man? Alter. Der hat einen One-Shot oder was? Guck mal, ganz ehrlich. Das ist nicht mal cool, ey. Jawohl, ein Messerkill. Jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie ein Messerkill aussieht. Mehr Kills werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. So wie es gerade aussieht. So. Ich weiß nicht. Das ist nicht mal wie wydret believer. Der hat eine fehlt. số wirdisiere, Der hat ein Lehrer Redaktion habe run-et. Das ist wahr. Und da haben Thanks arts? Und dauern.